Musik Scheiße Digga, einfach Digga, ein Monat keine Videos, was geht ab Digga, willkommen zurück auf meinem Kanal, nach tatsächlich einem Monat, Digga, scheiße, egal, wir sind zurück, ein Monat ist es her, dass das letzte Video online kam, ja, jetzt bin ich wieder zurück, es lag halt daran, ich war drei Wochen nicht in Deutschland, ich war drei Wochen in Ägypten, habe sozusagen Urlaub gemacht, deswegen kamen keine Videos, klar hätte ich auch Sachen vorproduzieren können, klar hätte ich dies, das und jenes machen können, aber mal ehrlich, Bruder, also FIFA 20, gar kein Bock mehr, also, wenn, dann, du musst schon ein wirklich großer YouTuber sein, dann kannst du noch FIFA 20 Videos machen, ansonsten, so als kleiner YouTuber lohnt sich eigentlich nur noch Streams, Karriere-Streams oder sonst irgendwas, weil ich halt in Ägypten war, war dies leider nicht möglich, ja, ihr seht schon, Zimmer richtig krass unordentlich, zwei Pfeifen, da liegt das, zwei Ventilatoren und was weiß ich, also, das Zimmer ist noch viel unordentlicher, als ihr denkt, ich bin sogar hier noch im Overshot, also, ich bin richtig krass hängen geblieben, ich richte gerade alles neu ein, ich bereite mich gerade auf die kommende Zeit vor, FIFA 21 steht vor der Tür, da werde ich auf jeden Fall wieder aktiver werden, ich freue mich auf jeden Fall auf die Zeit, es wird auf jeden Fall eine super Zeit, Daily Uploads werden wieder kommen und so weiter und so fort, wie es halt gewohnt wart am Anfang von FIFA 20, werde ich auf FIFA 21 wieder so starten, viel mehr Content mit anderen YouTubern, also seid auf jeden Fall gespannt und freut euch darauf, FIFA 21 wird auf jeden Fall ein sehr cooles Jahr, wenn das Spiel nicht wieder so ein scheiß Lob wie FIFA 20, aber naja, mal abwarten, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, es wird ein eher kürzeres Video, ich glaube nicht mal zwei Minuten, wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder sonst irgendwas habt, könnt ihr es gerne in den Kommentaren stellen, übermorgen kommt dann die nächste Reaction, nächste Woche werden auf jeden Fall viele Uploads am Start sein, weil ich auf Azets und Capitals Album reacten werde, komplette Album natürlich, deswegen wird auf jeden Fall in der nächsten Woche sehr viel Content am Start sein, ansonsten, ja, bis FIFA 21 sind noch 20 Tage, einfach Geduld haben und ja, kann halt trotzdem weiter abchecken, was da kommt, am Freitag kommt auf jeden Fall eine normale Reaction und den Rest der Woche dann eine Album Reaction oder zwei Album Reaction, freut euch auf jeden Fall, wie gesagt, schon mal darauf und ja, damit ich sehe, auf jeden Fall, wer hier noch am Start ist, würde ich euch bitten, das Video mal kurz zu liken, egal ob es 10 Leute, 5 Leute, 20 Leute sind, ich will einfach sehen, wer noch am Start ist, deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr dieses Video liked, kommentiert gerne, abonniert den Kanal, falls ihr es tatsächlich noch nicht gemacht habt und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns am Freitag wieder zum nächsten Video und ja, Peace.